Herzlich Willkommen beim Video OER veröffentlichen. Erhalten Sie in diesem Video einen Überblick zur Bedeutung von Metadaten und der korrekten Auswahl von Suchwörtern. Mit diesem Video können Sie Ihre Kenntnisse zur Veröffentlichung von OER fördern. Fast geschafft. Sie befinden sich auf der Zielgeraden. Ihr Material ist erstellt und mit einer passenden Lizenz versehen. Nun fehlt nur noch ein letzter Schritt. Damit aus Ihrem Werk eine vollständige, freie Bildungsressource wird, müssen Sie es veröffentlichen. Nur die Veröffentlichung stellt sicher, dass Ihr Material von anderen gefunden und dann entsprechend Ihrer gewählten Lizenz verwendet werden kann. Aber wie soll man die Daten abspeichern und wo soll das Material veröffentlicht werden? Das sind die beiden zentralen Fragestellungen in diesem Video. Aus meiner Sicht beinhaltet die Frage nach dem Wie zwei Teile. Zum einen geht es um die Speicherformate. Versuchen Sie, wenn möglich, offene Dateiformate zu verwenden. Einige Dateiformate sind nur mit kostenpflichtiger Software bearbeitsbar. Daher sind sie für Nachnutzende nur bedingt geeignet. Gleichzeitig sollten Sie aber auch darauf achten, dass keine ungewöhnlichen Formate verwendet werden. Wählen Sie lieber gängige Formate aus, wenn dadurch die Nachnutzung der Materialien einfacher wird. Sehen Sie auch in Erwägung, ein und dasselbe Material in mehreren unterschiedlichen Dateiformaten zu veröffentlichen. Zum anderen geht es um die Beschlagwortung und um Metadaten. Metadaten sind strukturierte Daten, die Informationen über Merkmale anderer Daten enthalten. Damit im Material später von Interessierten über eine Suchfunktion gefunden wird, sollte es mit möglichst vielen erläuternden Begriffen, also Metadaten, verknüpft sein. Teilweise werden solche Metadaten automatisch erzeugt. Beispielsweise können Daten wie das Erstellungsdatum eines Objektes, das Dateiformat oder die Dateigröße gut automatisiert ausgelesen werden. Auch beim Erkennen von der im Objekt verwendeten Sprache gibt es große Fortschritte. Danach wird es mit den automatischen Prozessen allerdings schon komplizierter. Daher braucht es Ihre Unterstützung als Urheberin bzw. Urheber. Sie sind die Person, die am besten über Ihr Material Bescheid weiß. Und genau dieses Wissen können Sie im Zuge der Materialveröffentlichung in Form von Schlagworten und Metadaten weitergeben. Wo passiert nun aber die Verknüpfung von Materialien und Metadaten? Diese Frage führt uns zum zweiten zentralen Thema in diesem Video. Wo soll das Material veröffentlicht werden? Für die Veröffentlichung haben Sie grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Beispielsweise können Sie einen Blog oder eine Website erstellen, auf der Sie Ihre Materialien öffentlich ablegen. Es ist zwar mittlerweile viel einfacher geworden, solche Umgebungen selbst zu betreiben, doch ist damit natürlich ein gewisser Aufwand verbunden. Eine weitere Option ist die Veröffentlichung Ihrer Materialien auf Plattformen für spezielle Medienformate. Exemplarisch möchte ich hier Flickr für Bilder, YouTube für Videos, Slideshare für Präsentationen oder Zenodo für wissenschaftliche Datensätze anführen. Besonders hinweisen möchte ich Sie auf die Möglichkeit, Ihre Materialien in Repositorien oder auf OER-Portalen abzulegen. Wenn Sie Material mit solchen Werkzeugen veröffentlichen, erhöht das die Reichweite und die Auffindbarkeit enorm. Das Wort Repositorium kommt aus dem Lateinischen und bedeutet frei übersetzt Lager. Repositorien sind also Aufbewahrungsorte. Damit man in einem Lager etwas wiederfindet, braucht man eine gute Lagerverwaltung. Übersetzt man die Logik auf Repositorien, spricht man von passenden Beschlagwortungssystemen. Diese Schlagworte sind die bereits angesprochenen Metadaten. Derzeit entstehen insbesondere für den Bildungsbereich viele Repositorien, zum Beispiel für die Verwaltung von Forschungsdaten, aber auch für die Verwaltung von freien Bildungsressourcen. Wo und wie ein Objekt in einem Repositorium eingespielt werden kann, ist unterschiedlich geregelt. Erkundigen Sie sich also vorab beim Betreiber, welche Optionen Sie haben. Zwei Wege werden an Hochschulen häufig realisiert, welche in Folge exemplarisch beschrieben werden. Der erste Weg führt Sie über das OER-Portal Ihrer Hochschule. Dort laden Sie Ihr Material hinauf und versehen es mit diversen Metadaten, wie beispielsweise Titel, Beschreibung, Lizenzinformationen, Fachdisziplin und so weiter. Oft bieten Ihnen die Systeme bereits vorgefertigte Auswahlmöglichkeiten, sogenannte standardisierte Vokabularien, an. Nach dem Upload liegt das Material an einem für Sie zugänglichen zentralen Speicherort, ist aber oft noch nicht veröffentlicht. Zur Qualitätssicherung gibt es an dieser Stelle häufig noch einen Freigabeprozess. Je nachdem, wie dieser Freigabeprozess geregelt ist, können Sie das Material nun selbst publizieren oder aber das Publizieren wird von einer dritten Stelle gemacht. Andere Quellsysteme, wie zum Beispiel der Zugang über das Lernmanagementsystem Ihrer Hochschule, stellen einen weiteren Weg dar. Sie speichern Ihr Material in einem Kurs ins Lernmanagementsystem. Beim Hinaufladen werden Sie vom System gebeten, verschiedene Metadaten auszufüllen. Das zentrale Repositorium sucht nach Materialien mit freien Lizenzen. Wenn ein entsprechendes Material im Lernmanagementsystem gefunden wird, wird es in das zentrale Repositorium übernommen. Je nach hinterlegtem Prozess werden Sie über diesen Vorgang informiert und können hier noch einmal steuernd eingreifen. Je besser die erfassten Metadaten sind, desto besser funktioniert auch das Finden und Wiederverwenden von Materialien. Vielen Dank, dass Sie hier mithelfen. Bitte merken Sie sich. OER müssen veröffentlicht werden. Nur die Veröffentlichung stellt sicher, dass Ihr Material gefunden und verwendet werden kann. Achten Sie auf die Verwendung offener und gängiger Dateiformate. Keywords und Metadaten sind Grundvoraussetzungen für das erfolgreiche Veröffentlichen und Wiederfinden von erstellten Materialien. Für die Veröffentlichung Ihrer OER-Materialien können Sie auf spezielle Websites und Portale, aber auch auf OER-Repositorien zurückgreifen. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihre Kenntnisse über das Veröffentlichen von OER erweitern und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!